oh mann ihr lieben mir ist ganz schönes malheur passiert ich wollte oder ich habe wieder erfahren video von reflection aufgenommen und was ist passiert mein usb stick hat beim hochladen zu stoppen einfach nur zerstört so wie gesagt ich wollte ja das video machen wie ich einen hochladen zwecks form der heili so was hat mein wie gesagt mein usb stick gemacht er hat einfach zerstört da das video einfach zerstört so und somit habe ich jetzt eigentlich nur das info video hier und hoffe ihr seid noch nicht böse dass heute kein reflection video hochgekommen ist ja was soll ich denn sagen es hat einfach zerstört keine ahnung warum ich habe es bearbeitet und hast du nicht gesehen wollte es hochladen und das ist passiert zerstört einfach nur zerstört erst einmal 20 minuten arbeit zerstört gut ich hoffe ihr seid noch nicht böse morgen versuche ich mal noch eins zu machen ich werde das morgen mit weitermachen das farm für die heili der rüstung und ja gut ich hoffe ihr seid noch nicht böse gut dann möchte ich erst mal sagen tschüss und ja ich bin ein bisschen stinkig aber gut gut tschüssi erst mal bis zum nächsten mal